Wir haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Durst. Wo bleibt das Essen, 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 bleibt das Essen, 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 bleibt das Essen, 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 bleibt die Durst. Heute geh ich mal richtig aus, ganz schick ins Restaurant Das wird ein lecker Schmaus, mit Nudelsuppe fang ich an Herr Ober, ich hätte gerne Reis, dazu am liebsten Fisch Als Nachtischschokoladen, da ist es mit Erdbeeren ganz frisch Mh, hat das alles gut geschmeckt, das war echt ein Gedicht Noch schnell den Teller abgeleckt, ach nü, das macht man nicht Herr Ober, die Rechnung bitte sehr, aber Moment, oje All meine Taschen sind ganz ehrlich, es ist im Portemonnaie Im La 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 Lokal gefällt es mir total, ich geh gerne mal Ins La 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 Lokal, im La 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 Lokal ist die Stimmung groß Doch La 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 leider ist ohne Bus nix los Ohne Geld im Restaurant, was machen wir denn nun? Dann helf ich halt beim Kellnern, denn es gibt viel zu tun Servietten kommen auf den Tisch, wie faltet man die richtig? Die Reihenfolge beim Besteck, ist die denn wirklich mächtig? Herr Ober, bin schon unterwegs, was darf's bei Ihnen sein? Ein Schnitzel, Setzreiter mit Keks, Kartoffeln, Gulasch, Schwein Da hinten winkt der nächste Gast, das ist der reiste Stress Stell die Bestellung, aufgepasst, dass ich sie nicht vergiss Im La 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 Lokal gefällt es mir total, ich geh gerne mal Ins La 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 Lokal, im La 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 Lokal ist die Stimmung groß Doch La 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 leider ist ohne Bus nix los Ein Gulasch-Ei, ein Schnitzelwein, Kartoffeltee mit Keks Ich bringe Essen, Schenke ein, bin ständig unterwegs Ne Frage dort, ne Bitte hier und noch ein Sonderwunsch Ich acker wirklich wie ein Tier und ziehe einen Flunsch Der Kellnerjob ist gar nicht leicht, mir tun die Füße weh Der Rückenschmerz und ich hab eine Blase hier am Zeh Jetzt hab ich's geschafft und völlig fertig bin ich auch Doch es hat sogar Spaß gemacht, jedoch nur Knopf mein Bauch Im La 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 Lokal gefällt es mir total, ich geh gerne mal Ins La 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 Lokal, im La 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 Lokal ist die Stimmung groß Doch La 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 leider ist ohne Bus nix los Im La 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 Lokal gefällt es mir total, ich geh gerne mal Ins La 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 Lokal, im La 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 Lokal ist die Stimmung groß Doch La 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 La, im La La ist ohne Bus, ohne Bus, ohne Bus nix los